Das geschah in der letzten Episode von Let's Play and Do Shit in Saints Row 4. Ich werde zum... Also der Verschmelzer. Ja. Kurz, zerberste ihn. Ja, ich habe es geschafft. Bei der Macht von Greyskull. Okay. Ich habe noch ein anderes Trainingprogramm für dich. Stomp. Achso. Ich muss sagen, was ist das gerade gewesen? Das ist... Und jetzt geht es weiter. Wir sind da. Ah. What the fuck? Ich bin tot. Warum? Nein, ich lieg nur. Ich bin nicht tot. Du liegst nur. Ich hab nur auf dem Boden. Du liegst nur. Oh mein Gott, wir haben ja hier übelste Sorte hier. Irgendwas hier ist... Ja, da draußen ist einer von den Großen und jetzt haben wir ein Problem. Wir brauchen die vereinte Kraft des Death Metal, um dieser Situation Herr zu werden. Was ist das hier eigentlich? Was ist das hier eigentlich? What? Was ist das hier? Ja. Der ist... Da oben ist er. Ja. So heißt mal eine Waffe. Wo ist er? Ach da. Ach da. Wo ist er? Ach da. Wo? Ja, er kann sich nicht entscheiden. Ah. Was auch immer das da jetzt geben mag. Okay, Shield ist down. Wo ist der Typ? Ah, wo ist er? Oh, auf der Brücke oder so. Ah, klasse. Komm nicht drauf. Er ist im Boden festgeglitscht. Oder so. Ja, echt. Shit. Ernsthaft jetzt? Was zum Geier, ey. Okay. Das scheint zu klappen. Von unten kriege ich schon mit dem Eisblaster den Shield. Jetzt ein bisschen Death Metal auf die Füße. Ah, verdammt. Seine Füße mögen kein Death Metal. Zu viel Metal. Ah. Haben wir ihn? Ist er noch da? Lebt er noch? Scheibenkleister. What the fuck? Ah, jetzt. Na, klasse. Ach so, ich hab die. Ja, es geht mit der Waffe ab. Au. Wo ist er? Der ist hier zwischengefallen. Ah. Er kommt wieder. Sag ich doch. Hi. Stomp the yard. Nee, da ist er. Komm schon. Komm. Komm. Ach. Geht doch. Da ist er. Boom. Und nu. Autsch. Das tat weh. Au. Ich will ihn nicht hetzen, aber das Ganze entwickelt sich langsam zu einer Angelegenheit gegen uns. Hat der überhaupt irgendwie... Ja, hat er. Hat er. Ich hab ihn. Okay. Ich werde zu ihm. Ach, weil er überhaupt kein HP Balken hat. Alle da. Oder HP Kringel. Y. Häft mit Gimmick. Ups. Stuff. Wie viele von diesen Ups- Heften gab's eigentlich damals? Äh, keine Ahnung. Viel zu viele. Wir haben's geschafft. Wir haben gewonnen. Guck. Notoriety ist wieder... Auf einem Nominal-Level. Und du machst wieder alles kaputt. Vor allem, wie man hier nicht mal seine Waffe ausprobieren kann. Nein! Ich bin jetzt besser als alle. Ein schwieriger Zeit. Das ist einfach... Ich würde sagen, ich renne jetzt einfach weg. Ja, genau. Drück dich vor der Verantwortung. Oh, warte, da war was. Ah, nicht springen. Wuhu! Champagne! Nee, halt. Anderes Spiel. Das war was anderes, ja. Oh. 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 Ich vergesse das auch jedes Mal, ne? Das war... Tut doch... Hä? Hä? Ah. Keine Ahnung, bei mir wollte ich das Ding nicht setzen. Ja, das war gerade ein bisschen seltsam. Okay, was ist... Start Store Hacking. Gut, dann machen wir das noch. Ähm. Äh, da, da. So. Hannemal, 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 da. Ich kann noch eins hacken. Das ist aber auch mit hacken, ja. Skullywagon, what the hell? Hier gibt es schon ein paar wirklich seltsame Karren. Momentan brauchen wir keine Autos, oder? Nö. Ja, nicht, ne? No car. So, was ist bei den Quests als nächstes? Oh, Cash. Was, wir sind doch noch gar nicht fertig mit der hier. Wieso? Was? Bei mir ist ein neues Missionsziel dazugekommen jetzt. Ist bei Gateway. Rusty's Needle. Okay, jetzt habe ich das auch bei mir. Okay. Rusty Gnade. Biiiii. 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 Nein! Scheiße. Äh, reset. Ah, what the... Ernsthaft? Hehe, irgendwie... Da ist er gut. Mach mir hier nicht so'n Larry. So, jetzt haben wir's. Komplete. Komplete Trompete. Heck, let's pretend. What? Let's pretend is on this same grid. Hack it. And I won't judge you. You want to do a little shopping while you're there. Krömer, let's pretend is. Ich glaub, das ist der Schönheitschirurgie-Laden. Ah. Irgendwas. Ohhhh. 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 Mit. Wahoo. Ah, direkt den richtigen Riescher gehabt. Nice. Solche Puzzles sind genau das Richtige für mich. Haha, ja. Hat man eben gesehen. Oh. Ja, das... Aber jetzt hat's geklappt. Objective Complete. Und... Und... Hack Planet Zinn. Well, this should fix off Zinn, ja? Planet Zinn is tied into this system here, so go hack away. Oookay. Just a minute. Just a minute. So, fast da. Oh, Mitte. Ich bin gegen ein Dach geflogen. Ich habe kein Geld für Stamina. Ah, Po-Buddy's Nerf-Hack. What the fuck? Okay. Okay, eigentlich ziemlich einfach. Eigentlich. Complete. Das hätten wir auch. Upload Virus. Aber in der nächsten Episode. Nicht in der hier. Also. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö. Tschö.